Heyo Leute, willkommen zurück zu Pokémons R4 und ich habe jetzt nebenbei die Komplettlösung offen, wie wir es brauchen können. Also oben, rechts, oben, links, links, oben, rechts, oben. Okay, nach oben. Drei links, zwei oben, zwei rechts, unten. So, oben, zwei rechts. Oben, zwei rechts, unten rechts, eins, zwei, drei, oben. Zwei links, unten, links, oben, links, zwei nach unten. Zwei links, unten, links, oben, links, unten, links, oben. Zwei oben, rechts, unten. Zwei oben, rechts, unten, oben. Bitte?! Ja, okay, okay. ich glaube mir mich kurz vor zu mich kurz vorzustellen ich bin was sie der reiner leiter von xenon irgendwas fällt mir an die auf du bist das ist das ist an deinem auftreten ich denke ich spüre etwas in dir das was in der uhrzeit würde passiert und was zu getan hat das werde ich im kampf mit dir lesen können gemeldige her dazu zeigt mir wie du deine pokémon im kampf ist und das ging das zeige ich die edition im wasser dargeboten von mir und meinem pokémon ordnung macht ich bin unterwegs wenn wir bei der pokémon bei den top vier bis hin also bei der pokémon werden alle pokémon die ich im team haben will level 70 sein das ist einfach nur so vorsorge sind alle level 70 sein das heißt ich werde übelst lang oscreen machen so weg ist er ok middle tick warum setzt er jetzt schon sein der hat gesessen ich bin vereist beutel ok so es ist super trank ich habe es gewusst ok laubklinge ok karl du kannst schon mal leben wo ich sagen nein noch nicht drei leben karl bist du wahnsinnig ja du bist aber nicht hier gehört nein wo ist top trank ja so erzbeben ok und so solltest du nur auch sterbe sterben sterben ok tot es ist tot nö und noch einmal laubklinge und achter achter orden geschafft ja yes yes ok ok geile attacke so so jetzt werden wir aber jetzt das erste machen was ich eigentlich schon die ganze zeit machen wollte kaskade jo ah tschak ja bodyslam und taucher und taucher gedankengut so so wir haben sie wir haben die acht orden der pokémon arenen wir sind nun bereit in die pokémon liga zu gehen nun können wir uns dort auf den weg machen nun wird langsam das setz bei zu ende gehen über 40 parts werden das habe ich schon gezählt aber ob sie die 50 erreichen weiß ich nicht auf alle fälle ich werde wie gesagt das setz bei nicht zu 100 prozent abschließen so pokémon ja flieg uns mal hier hin ob die da hinten schon fertig sind mit der mit dem schiff mit dem schiff immer noch nicht na egal pokémon rieser fliegen wir müssen jetzt nämlich erst einmal nach musbach city so dann brauchen wir erstmal wieder einen topschutz damals als kleines kind habe ich gedacht wenn man zwei topschutz benutzt macht es 500 weg so also 500 schritte wir müssen nämlich jetzt in den süden auch ein kampftrainer faust au hafen jetzt dass du jetzt mit faust au hafen ankommst du hast null chance komm komm wir jetzt jetzt die effektivste attack ever ein wo das tut voll weh wir besitzen acht orten jetzt sind wir natürlich auf dem weg zur pokémon liga aber die erste das erste ziel unserer reise richtung pokémon liga ist die siegelstraße die wir als erstes als vorletztes durchqueren müssen wenn wir das geschafft haben können wir uns der pokémon liga stellen und die top 4 herausfordern ja wohl bist du so wo bin ich hier ich bin kurz vor der neuen stadt wo ich hin muss ich habe nur falsch eingebogen ich bin nur falsch eingebunden ich habe ich bin ohne schutz gehe ich nicht weiter werde ich nur genervt ich glaube ich bin fast da aber ich glaube es nur und ich bin fast an meinem ziel angekommen und dann speichern ich habe noch eine stunde zum aufnehmen ob wir das in einer stunde packen vielleicht vielleicht auch nicht vielleicht wir sehen uns im nächsten pas tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü eh Undzururerhe Untertitelung des ZDF, 2020